Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2018 hier bei Pearl TV. Das ist eine ganz besondere Sendung, denn wir möchten Sie gerne mitnehmen zu einer Reise. Eine Reise hier durch das Jahr 2018. Ganz spannende Momente, die wir da zusammen hier erlebt haben. Und wir möchten Ihnen natürlich bei dieser Reise durch das Jahr 2018 auch Ihre beliebtesten Produkte aus diesem wunderschönen Jahr zeigen. 25 Produkte an der Zahl, die es hier in diese Top 25 geschafft haben. Und mit diesen Produkten sind natürlich auch Erinnerungen verbunden, die wir gemeinsam durchlebt haben. Wahrscheinlich Sie genauso wie wir. Da waren einige spannende Momente dabei. Wir erleben natürlich das Frühjahr, den Sommer, den Herbst und den Winter miteinander. Und wir schauen mal, was uns da wieder so in die Erinnerungen hineinkommt. Also wir schauen mal gemeinsam, was uns da so erwartet und lassen die Emotionen wieder zurückkommen. Sie dürfen natürlich auch direkt zu den TV-Sonderpreisen bestellen. Also jetzt der Frühling für Sie. Und wir schauen mal, was uns da so in die Erinnerungen ist. Und mit diesen wunderschönen Bildern schauen wir direkt auf Platz 25. Der große Jahresrückblick 2018. Das Produkt auf Platz 25 ist, wir sind gespannt. Ja, unser oder mein persönliches Spielzeug des Jahres 2018. Ich darf dir auch eingeben. Danke sehr. Und das haben wir erst kurz im Programm, sonst wäre es mit Sicherheit unter den Top 5, weil es ist ein absoluter Bestseller. Unser UFO. Das Außergewöhnliches kann nämlich durch Gesten gesteuert werden. Ein Quattrocopter in Form eines Royal Blauen UFOs, welches sehr, sehr stabil ist. Und jetzt einmal in die Luft geworfen schwebt es durch diese vier Rotoren, aber wird gesteuert durch Gesten. Weil auf der linken und rechten Seite sind Sensoren und unten auch. Ich kann also die Höhe beeinflussen. Ich kann es auch wegkicken. Ich kann Fußball damit spielen, das habe ich jetzt gerade gelernt. Aber normalerweise berührungslos damit arbeiten. Und dann macht das viel Spaß. Vivian, komm, ich habe noch einen für dich. Der ist für dich. So, und jetzt verkoppt das. Ich bin genauso gut wie du. Es macht unglaublich Spaß. Und zwar groß als auch klein. Und das muss man einfach mal ausprobieren. Akku betrieben, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Muss man nicht immer Batterien nachkaufen. Eine schön lange Flugzeit. Und dann hänge ich es einfach wieder ans mitgelieferte Ladegerät. Das ist eine Sache, die der ganzen Familie Spaß macht. Und zwar drinnen als auch draußen. Weil ich dieses Produkt immer mit meinen Gesten steuern kann. In der Höhe, aber auch durch die Seitensensoren in der Richtung, in die es fliegen soll. Und da kann ich sogar hin und her schieben, wie so ein Magier berührungslos Elemente bewegen. Das ist doch mal ein Traum, der hiermit wahr wird. Oder? Das macht richtig viel Spaß. Das ist wirklich unglaublich. Und es ist so beliebt bei Ihnen, dass es, Reif hat es schon gesagt, gerade erst bei uns reingekommen ist als Produkt. Es ist ja auch noch wirklich brandneu. Ja, aber es hat es direkt hier in unseren beliebtesten Produkten des Jahres 2018 auf Platz 25 geschafft. Mit der Bestellnummer NX 69 22 569 können auch Sie jetzt zum TV-Sonderpreis zugreifen für 28,41 Euro. Ein Spaß für die ganze Familie. Die Kollegen im Callcenter sind für Ihre Bestellung da unter der 0180 51 51. Drei mal die zwei. Das ist doch toll, wenn das Produkt hier direkt in unserem Jahresrückblick so viel Spaß bringt. Das Erste, das wir Ihnen hier zeigen dürfen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ob das auch so viel Spaß bringt. Unser Platz Nummer 24. Bei Platz 24, da erinnern wir uns an die alte Zeit zurück mit unserem Filmscanner und Digitalisierer. Haben Sie es erkannt, für was er ist? Das ist für Super 8 und 8 Millimeter Filme. Und das liegt wirklich weit, weit zurück, oder? Richtig. 65 kam das auf den Markt, war eigentlich eine Revolution. Das erste Mal, dass man Privatmann Filme machen konnte, war früher unglaublich kostenaufwendig und technisch fast nicht möglich. Und diese Filme aus dieser Zeit, das ging übrigens ungefähr bis 1985, da wurde es komplett abgelöst von Videotechnologie. Aber aus dieser Zeit gibt es unzählige Filme, Zeitdokumente, Familiendokumente. Hier, du musst jetzt mal mutmaßen, das war ungefähr 1970, als dieser Film entstanden ist. Ich möchte der Dame jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist 48 Jahre her. Die wird wahrscheinlich schon lange nicht mehr unter uns sein. Und so Bilder von schon bereits lange verstorbenen Menschen gibt es wirklich noch zu Tausenden. Weil diese Filmrollen liegen oftmals unbeachtet irgendwo noch im Keller auf dem Speicher. Und hiermit kann ich die jetzt ganz einfach digitalisieren. Und ich zeige Ihnen, wie einfach das geht. Wir haben jetzt hier eine Filmspule eingelegt. Die Leerspule ist dabei, ich habe es eingesteckt. Eine Speicherkarte, eine SD-Karte kommt hinten rein. Und jetzt muss ich nur noch den Scanner hier einschalten. Einen kleinen Moment, so, jetzt geht er gleich auf Standby. So, wir haben einen Strom, haben wir, jawohl. So, jetzt ist er eingeschaltet, er ist betriebsbereit. Und jetzt muss ich nur noch den Scan-Vorgang starten. Einmal die Größe der Spule eingeben, das bestätigen. Jetzt steht da nicht mehr bewegen, also tue ich mal nichts mehr. Und ab jetzt geht alles von allein. Und zwar in HD-Qualität. Hier wird jedes einzelne Bild, und diese Filme wurden damals in 16 Frames pro Sekunde aufgenommen. Also jedes einzelne Bild wird jetzt digitalisiert und ist damit gesichert für die Ewigkeit. Wieder sichtbar gemacht. Ich kann es bearbeiten, ich kann es vervielfältigen. Und vor allem, ich habe es wirklich gerettet, weil diese Filmrollen, an denen nagt der Zahn der Zeit. Je nachdem, wenn die nicht ganz trocken gelagert sind oder zu viel in der Sonne, könnten auch schon ein paar Fehler im Film drin sein. Und jetzt, Vivian, du hast ja diese Zeit nicht mitgemacht. Aber vielleicht hast du das von deinem Opa oder von deinem Uropa mal gehört. Mit Super-8-Kameras haben wir früher Filme gemacht oder so. Na, selbstverständlich. Und wissen Sie, was ganz, ganz schade ist? Dass leider keiner meiner geliebten Opas mehr hier unter uns sein darf. Und deshalb finde ich es umso schöner, gerade auch zum Beispiel meinem jüngeren Bruder, meinem jüngeren Bruder, ich habe einen, dem mal zu zeigen, liebe Zuschauer, wie das denn damals so war. Oder vielleicht auch in alten Erinnerungen zu schwelgen. Und das ist doch das Schönste, was es gibt. Gerade die familiäre Geschichte einfach zu bewahren. Vielleicht auch weiteren kommenden Nachwuchs in der Familie zu zeigen, wie Oma und Opa damals rumgelaufen sind, wie sie Spaß hatten. Man kann sich das ja auch immer so schlecht vorstellen, Ralf. Gerade du als Opa und Papa kennst das ja auch. Die jungen Kinder, die denken ja immer, der Opa oder Papa, der war nie jung, oder? Die waren immer Opa und Oma, ja. Das war auch bei mir so, als ich Kind war. Meine Eltern, klar, da konnte man sich das noch vorstellen. Aber die nächste Generation, diese Vorstellung verliert man. Aber hier holt man sich Familiengeschichte zurück und das für vergleichsweise kleines Geld. 331,55 Euro. Ihr TV-Sonderpreis. Versandkostenfrei kommt das Gerät zu Ihnen nach Hause. Wenn auch Sie noch Super 8 und 8 Millimeter Filme haben, dann müssen Sie dieses Gerät haben. Dann müssen Sie die jetzt digitalisieren. Mit der NX 4294 und der 569 können Sie den Filmscanner und Digitalisierer jetzt bestellen. Und das müssen Sie wirklich einfach tun. Unser toller Platz 24. Und da verstehen wir, warum der es hier in diesem tollen Jahresrückblick in die beliebtesten Produkte geschafft hat. Weil das wirklich ein ganz tolles Thema ist, was uns alle bewegt natürlich auch und auch betrifft. Wir schauen weiter, was das noch für uns bringt hier in diesem Jahresrückblick. Hier kommt Ihr Platz 23. Platz 23. Platz 23. Erstmal unsere bezaubernde Diana natürlich für Sie, liebe Zuschauer. Die ist auch heute mit dabei und die bringt unseren Platz Nummer 23. Und da haben wir etwas ganz Tolles, etwas Außergewöhnliches, was man vielleicht bisher so auch nicht kennt. Was aber bei vielen auch richtig gut angekommen ist, was auch spannend ist. Ja, ein neues Hobby erobert Deutschland, das können wir schon sagen. Und ich kann Ihnen jetzt aus erster Hand sagen, wenn man mal angefangen hat, das macht fast schon süchtig. Zum Beispiel, wie wir hier rechts sehen, mir, die entwickelt da so einen Ehrgeiz. Lockpicking ist, mit Hilfe von Dietrichen und natürlich von Spannern hier Schlösser zu knacken. Und das ist ein richtiger Sport geworden. Seit 97 gibt es schon deutsche Meisterschaften, mittlerweile sogar Welt- und Europameisterschaften. Und das hier ist ein professionelles Set. Wir haben einmal, das ist auch sehr zweckmäßig, Extraktoren. Das heißt, wenn mal ein Schlüssel abgebrochen ist, kann ich die damit lösen. Aber hier sind die Dietriche insgesamt hier. 31 teile ich das Ganze inklusive Tasche, also 30 Dietriche und Spanner. Und damit kann ich jetzt Schlösser knacken. Möchtest du ein bisschen spielen? Einen Spanner brauchen wir genau. Welchen Dietrich nimmst du jetzt? Das ist, okay. Oh, es geht schon weiter. Also das ist wirklich etwas, was Familien fesselt. Es ist ein Geduldsspiel. Hier Übungsschloss transparent mit dabei. Also da kann man schon mal üben, aber später wird man dann mutiger und wird auch mal an Skeller-Schloss gehen, an Briefkastenschlüssel. Aber natürlich immer nur an die eigenen Schlösser. Aber Sie werden sehen, das weckt den Ehrgeiz. Wenn man da einmal angefangen hat, kann man fast nicht mehr aufhören. Für 18,91 Euro, es macht so viel Spaß. Und zack, haben Sie das Übungsschloss dann geöffnet. Hier sieht man dann auch bei diesem transparenten Übungsschloss endlich mal, wie so ein Schloss funktioniert. Das wusste ich persönlich auch vorher gar nicht. Ich auch. Wie geht so ein Schloss überhaupt? Wie funktioniert das? Das ist Wahnsinn. Man macht sich darüber eigentlich so keine Gedanken. Aber liebe Zuschauer, es ist super, super toll. Ist viel besser als ein Sudoku, kann ich Ihnen sagen. Oder ein Kreuzwort-Rätsel. Und vor allem, Ralf, man könnte sich ja auch im Fall der Fälle mal selbst helfen, wenn man so ein altes Tagebuch findet oder eine alte Schatztruhe noch irgendwo im Keller, kann ich jetzt hier selbst versuchen, meinen Schlüssel zu knacken. Oder wenn man mal den Schlüssel verloren hat. Oder so. Genau. Deshalb das auf jeden Fall bestellen, macht riesig viel Spaß. Jetzt kriegen Sie ja den TV-Sonderpreis hier. 18,91 Euro. Die NX 58 23 569. Unser Platz Nummer 23 im großen Jahresrückblick. Unser Profi-Lockpicking-Set. Das ist einfach, ja, vielleicht Ihr neues Hobby. Das macht wirklich richtig viel Spaß. Also super genial. Und jetzt auch wieder lieferbar. War ja ganz lange ausverkauft. Wenn Sie es verfolgt haben, war wirklich ganz lange ausverkauft. Also da jetzt wirklich sofort zugreifen. Und weiter geht's mit Platz Nummer 22. Platz Nummer 22 wird gebracht von unserer bezaubernden Internet. Und die bringt hier ein Laptop. Einen Lenovo. Ja, nicht nur irgendein Laptop, wollte ich gerade sagen. Ein Syncpad. Das T430, das ist an Leistungsdaten fast nicht zu übertreffen. Hat es in die Top-Tender-Jahres-Charts geschafft. Und das finde ich klasse, in die Top 25. Entschuldigung. Aber die Leistungsdaten sind hervorragend. Ich bin absoluter Syncpad-Fan. Und der 430, der ist wirklich best ausgestattet. Er hat einen i7-Prozessor. 4 GB bis auf 16 GB weiterfahren Arbeitsspeicher. Sogar eine SSD-Festplatte. Also die schnellstmögliche Form mit 256 GB. 56 GB, wir haben DVD-Brenner drin, HD-Cam ist drin, UMTS-Fähigkeit. Wir haben Bluetooth-Fähigkeit. Und das Ganze in geballter Ladung wiegt gerade mal knapp über 2 Kilo. Also auch sehr, sehr transportabel. Ein Laptop der Extraklasse, das können wir sagen. Und auch zu einem phänomenalen Preis. Muss ich natürlich kurz erklären, wie das funktioniert. Das ist kein Neugerät. Das ist ein Gerät, das von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden ist. Ein sogenannter geprüfter Leasing-Rückläufer. Das heißt, große Firmen haben den geleased. Weil sie das aus steuerlichen Gründen machen. Und nach der Leasing-Zeit wird so ein Gerät natürlich nicht entsorgt. Sondern das geht ganz einfach hier zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher. Und wird dort generalüberholt. Und wenn dann alle Prüfungsschritte mit 1a-Bewertung überstanden werden, dann kommt der Rechner für uns in Frage. Für Sie ist es ein Gerät wie ein Neugerät, weil es genauso gehandhabt wird. 24 Monate Gewährleistung. Frisches Betriebssystem für Sie. Lizenziert, aufgespielt. Antivirensoftware, voll lizenziert für ein Jahr. Und, und, und. Also das ist ein Riesenschnäppchen dieser T430. Ich finde den super schön. Ich muss ganz kurz, liebe Zuschauer, einmal der Kati kurz ins Wort fallen. Ich finde den so toll. Und vor allem, wenn wir doch jetzt bestellen, oder wenn Sie jetzt bestellen, kommt das auch noch vor Weihnachten. Und das, finde ich, ist fantastisch, auch als Geschenkidee, oder? Und jetzt schauen wir noch auf Pearl.de, was wir sparen beim TV-Sonderpreis, dass das Geschenk auch ein richtiges Schnäppchen ist. 30 Euro nochmal gespart im Vergleich schon zum super günstigen Pearl.de-Preis. Das ist ordentlich, oder? Das geht jetzt nur mit dem TV-Sonderpreis, den Sie jetzt hier bekommen in dieser Sendung. Sie wissen es, die TV-Sonderpreise, die wir Ihnen jetzt hier in dieser Sendung zeigen, sind exklusiv natürlich für Sie, weil Sie jetzt hier zuschauen. Für unsere Pearl-TV-Zuschauer nutzen Sie die TV-Sonderpreise. Bestellen Sie immer mit der 569 am Ende der Bestellnummer. Die TV-Sonderpreise sind ab jetzt für zwei Stunden für Sie gültig. Und da sparen Sie nochmal richtig. Jetzt hier allein bei dem Laptop 30 Euro nochmal gespart. 469,50 Euro, der TV-Sonderpreis kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. RR für 13,61 und die 569. Und da hat man wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät. Der kostet Neupreis, 1.600, 1.700 Euro. Und jetzt für 469,50 Euro. Das ist wirklich ein wahnsinniges Angebot, das Sie hier bekommen. Und dann Markenqualität. Hier nochmal die Leistungsdaten für Sie im Überblick von diesem tollen Lenovo ThinkPad. Und Vivian, du hast ja gesagt, der sieht toll aus. Und der eignet sich wahnsinnig gut, auch als Geschenk natürlich. Oh, ich würde mich so sehr freuen. Na, das ist klar. Und es gibt so viele, die sich Technik wünschen. Da haben vielleicht auch mal die Kinder oder die Enkelkinder schon gesagt, oh, ich möchte so gerne ein eigenes Notebook haben, einen Laptop. Ja, jetzt hier, aber schnell zugreifen. Weil gerade wenn wir natürlich so ein Gerät hier in unserem Jahresrückblick haben, in der Top 25, der wird rucki zucki weg sein. Also da gleich bestellen, wenn Sie den haben wollen. Wir machen hier schon mal weiter. Sie können in der Zeit schon mal anrufen mit Platz Nummer 21. Oh, die kleine Mickey Mouse. Na, was bringt die uns wohl? Eine tolle Poliermaschine. Das ist ja der Knaller. Vielen Dank, liebe Diana, an der Stelle. Ja, und viele Pearl-Produkte nutze ich auch privat. Und das ist etwas, das habe ich gesehen und sofort gekauft. Weil ich habe hauptsächlich Hartböden zu Hause, überall Parkett. Und mit dieser Poliermaschine bekomme ich mein Parkett erstens mal sauber und auch glänzend. Das gilt aber auch für Fliesen, das gilt für Laminat, das gilt für PVC oder Steinböden. Überall dort, ohne zu überwässern. Und zwar sehen Sie die Beleuchtung und unter der Beleuchtung ist eine kleine Spritzdüse. Und da kann ich jetzt entweder Reinigungsmittel reinmachen und das dosiert, verteilen auf meinem Hartboden und dann polieren oder reinigen mit 230 Umdrehungen pro Minute. Das können Sie mal mit den Händen versuchen. Oh Gott. Rechter und linker Arm gleichzeitig und dann 230 Umdrehungen zum Reinigen mit den roten Pads oder dann zum Polieren mit den weißen Pads. Und ich weiß ja, Vivian, du hast auch so einen Sauberheitsfimmel, aber das ist doch genial, oder? Das Problem ist, das glaubt mir hier keiner in der Firma, weil ich nicht nur einen Sauberheitsfimmel habe, sondern ich bin auch noch chaotisch dazu. Aber sauber und chaotisch sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, finden Sie nicht? Und deshalb ist es einfach auch wichtig, dass der Boden auf Hochglanz poliert ist. Und ich finde gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo auch die Gäste kommen, wo man natürlich auch als Hausfrau ganz einfach eine gewisse Brillanz da mitbringen möchte. Man kennt das ja einfach, wenn die Familie kommt, da gibt es immer irgendeinen, der ein bisschen guckt in den Ecken, ist denn da auch alles sauber? Hast du schon gesehen? Also der Boden, der war jetzt aber nicht so, dass ich mich da spiegeln konnte. Deshalb hier dann jetzt nochmal zugreifen. Dann haben Sie die Poliermaschine zu Hause. Also da hat man dann auch immer ein besseres Gefühl, wenn alles spiegelt, wenn alles glänzt. So einfach war es wirklich noch nie. Ich kannte die Poliermaschine vorher eigentlich auch nur aus den ganz, ganz teuren Hotels oder auch den Malls zum Beispiel. Diesen teuren Shoppingmalls, die man auch aus den Urlauben kennt oder vom Zahnarzt. Also ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich perfekt. Aber mir als Mann ist es wichtig, dass ich mit so wenig wie möglich Aufwand das bestmögliche Ergebnis erziele. Und das passiert hier zu 100 Prozent. Es ist einfach, jeden Hartboden zu reinigen, ob Sie ihn nass, also mit Putzmittel unterstützt oder nachher nur polieren möchten. Und der ist danach eben spiegelblank. Und da ist es egal, was für ein Putzmittel Sie reinmachen. Der Werbung darf man nicht immer glauben, wenn die sagen, putzt so sauber, dass man sich darin spiegeln kann. Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, aber ich weiß, dass es mit dieser Poliermaschine funktioniert. Und da oben sehen Sie den kleinen Behälter. Trichter und Messbecher sind natürlich mit im Lieferumfang enthalten. Also ich mache zum Beispiel immer ein bisschen Reinigerkonzentrat mit Wasser erst rein, bis das leer ist. Und dann leichte Politur und dann poliere ich nach und der Boden. Also bei mir kann man vom Boden essen, das kann ich dir sagen. Das finde ich ist aber auch gut. Es gibt ja so, so viele Hausfrauen, die sich dann auch wirklich auf die Knie stürzen, dann da anfangen rumzupolieren und zu machen. Das ist natürlich auch nicht rückenschonend. Deshalb hier ein ganz tolles Geschenk, auch für die Liebste. Selbstverständlich. Zugreifen heißt es da für 75,91 Euro. Die ist jetzt auch wieder lieferbar. Die war mehrere Male schon ausverkauft. Für den tollen TV-Sonderpreis ist der Boden sauber und perfekt glänzend poliert. NX 58 71 569. Da, die Bestellnummer für Sie. Oh mein Gott, das ist toll. So einfach den Boden sauber und glänzend zu bekommen. Richtig professionell das Ganze mit so einer wunderbaren Fußbodenpoliermaschine. Wenn Sie Hartböden haben, brauchen Sie diese Maschine. Das ist einfach so. Es macht so viel Spaß, mit der zu arbeiten. Unser Platz Nummer 21 war das hier im großen Jahresrückblick mit Ihren beliebtesten Produkten aus dem Jahr 2018. Und hier kommt Platz Nummer 20. Oh, und da strahlt sie schon. Platz Nummer 20. Ich weiß, was in dieser Box sein wird. Ja, sie würde gar nicht ergeben. Und Ralf schnappt sie gleich. Das ist ein Produkt, das kann nur eine vorstellen, nämlich unsere examinierte Diplom-Fuß-Open-Expertin Vivian. Ich weiß, das ist dein Lieblingsprodukt, oder? Ja, kennen Sie das Lied? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein Chihuahua. Kennen Sie das? Die Stars und Sternchen, die haben alle so Hunde. Und ich kann mich selbst auch noch daran erinnern, wie ich ein kleines Mädchen war, wollte ich immer einen eigenen Hund haben. Aber ich wollte nicht Gassi gehen mit dem... Ich wollte gar nichts, liebe Zuschauer. Ich wollte einfach nur spielen und kuscheln. Und das machen wir mit diesem Chihuahua. Ganz hervorragend. Schauen Sie sich mal an, wie süß der ist. Oh mein Gott, diese Augen sind der absolut... Fußhupe. Das ist der Wahnsinn. Und wenn er nicht rumgetragen wird, es ist kaum zu glauben, das soll sogar in Natur auch gehen, dass ein Chihuahua laufen kann. Moment, ich zeige es Ihnen mal. Natürlich. Der muss gar nicht rumgetragen werden, oder? Nein, der kann laufen. Schau mal, wie schneller von der abhaut. Ist der so aufgefallen? Ist der süß! Oh mein Gott! Ich hatte ja auch mal so einen. Coco hieß der. Oh, Schatz, ist der nicht süß? Komm her, kleiner Schatz. Wie nennen wir den denn? Oder läuft weg? Also ich würde sagen Vivi. Vivi? Ist der goldig? Ist der schön? 7,51 Euro. Der Chihuahua für Sie. Sie dürfen auch gleich mehrere Chihuahuas bestellen, wenn Sie möchten. Ein ganzes roh der Chihuahuas für Sie zu Hause. 7,51 Euro mit der NX8204 und der 569. Sie sehen ganz unterhaltsame Produkte, die wir hier für Sie haben. Die wir hier in Kuschel noch ein bisschen mit dem Chihuahua. Bitte gleich in die Leitung gehen, bevor der komplett ausverkauft ist unter der 0180. Ich kaufe die eine. Ich kaufe die 51, 51, drei, weil die zwei ja ist die. Wir haben auch alle die Vermutung, dass du die alle kaufst. Deshalb bitte greifen Sie zu, bevor die Vivi in alle Chihuahuas hier aufkauft. Sie haben jetzt nochmal die Chance. Wir haben nämlich so tolle abwechslungsreiche Produkte. Das ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen. Es ist spannend und es bleibt auch spannend. Und bevor es hier weitergeht mit den weiteren Plätzen, schauen wir natürlich einmal, was das Jahr noch so für uns gebracht hat. Und wir haben den früher ja schon gesehen, schauen jetzt aber natürlich noch auf das weitere Jahr. Und da gab es natürlich noch weitere Produkte und da gab es zum Beispiel auch den Sommer. Erinnern Sie sich noch an den Sommer? Wir schauen gemeinsam auf den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ja, den Sommer haben wir so richtig zusammen genossen, oder? Ach, das war auch eine tolle Zeit. Es ist immer schön mit Ihnen zusammen. Herzlichen Dank an der Stelle. Wir schauen jetzt gemeinsam erst mal weiter auf Platz Nummer 19. große Jahresrückblick 2018, Platz Nummer 19. Da kommt unsere bezaubernde Diana hier mit einer Färbedienung, für was die wohl sein mag. Für dieses Gerät. Aber das sind nur die Anschlüsse, weil wir haben die leistungsstärkste Soundbar. Und da sehen wir sie auch live und in Farbe in unserem Programm. 250 Watt Musikspitzenleistung. Und damit gleiche ich alle Defizite, die mein Fernseher, was Lautsprecher angeht, hat, gleiche ich damit aus. Nicht, dass ein moderner Fernseher heutzutage schlechte Lautsprecher hätte. Nein, die sind nur sehr, sehr schlecht platziert. Nach unten oder nach hinten. Und mit Soundbars gleiche ich dieses Defizit eben aus. Aber diese Soundbar ist wirklich der Extra-Klasse. Zum Musik hören, per Bluetooth, per USB-Stick oder auch natürlich per Cinch, Serio-Cinch-Anschluss. Und ganz einfach an den Fernseher anzuschließen, per HDMI. Das ist unglaublich einfach. Innerhalb von wenigen Minuten hat man dann diesen Sound. Und Sie sehen es vielleicht. 15 Lautsprecher, 250 Watt Musikspitzenleistung, ein 3D-Sound der Extra-Klasse. Und wenn ich das möchte, unterstützt diese Anlage auch Ihre 5.1-Anlage, die Sie vielleicht zu Hause haben. Dann haben Sie das hier praktisch als leistungsstarken Sender und Dolby Surround durch Ihre 5.1-Anlage. Ist das nicht klasse? So eine Soundbar, da vermutet man gleich Preise, wenn man das hört, von 800 Euro. Nein, hier geht es für Sie zum TV-Sonderpreis. 284,91 Euro. Und schauen Sie sich das Schmuckstück hier mal live bei uns im Studio an. Ist das nicht spektakulär? Oh, Wahnsinn, oder? Wollen wir das mal ohne Blende zahlen? Ja, bitte. Zeig mal. Wahnsinn, oder? Der Wolf im Schafspelz. Der sagt, denkt man, bei dir auch. Ja, ja. Ist das nicht ein tolles Soundbar? Aber den Lutz liebt ihr ja über alles. Liebe Zuschauer, wenn Sie mich beschenken möchten zu Weihnachten oder den lieben Lutz, dann bitte mit der Soundbar. Die finde ich nämlich ganz hervorragend. Ja, da müssen Sie dann gleich zugreifen. Also die ist hier wirklich heiß begehrt. Super einfach anzuschließen, das Ganze. Und dann geht das hier los mit tollem Klang für Ihren Fernseher, bei Ihren Lieblingsfilmen, bei den Blockbustern oder auch einfach mal so zum Musikhören. Versandkostenfrei, kommt die selbstverständlich zu Ihnen nach Hause. Versandkostenfrei für 284,91 Euro. Ab 150 Euro Bestellwert sind Sie mit Ihrer Lieferung versandkostenfrei. Die Bestellnummer, das ist die ZX1603 und die 569. Unser Platz Nummer 19 hier im großen Pearl TV Jahresrückblick 2018. Und weiter geht es mit Platz Nummer 18. Oh, da hat es ein ganz praktisches Produkt hier, aber sehr beliebt auf Platz Nummer 18 geschafft. Eine Steckdosenleiste. Ja, so eine 5-fach Steckdosenleiste, die kennen wir alle. Und das ist natürlich sehr, sehr zweckmäßig. Aber das ist eine ganz besondere, weil vielleicht haben Sie auch schon eine geschaltene gesehen, die hier einen Hauptschal da durch alle Steckdosen ein- und ausschalten kann. Oder sogar Luxusvariante, wo ich jede einzelne Steckdose einzeln schalten kann. Und das ist hier möglich. Aber nicht an der Steckdose selber, sondern mit dieser Fernbedienung. Wir sehen hier eine Nummerierung von 1 bis 5. Und dementsprechend auch hier die Nummerierung 1 bis 5. Oder alle auf einmal. Aber hier schalte ich einzeln an und aus. Und das ist doch schön. Eine Stehlampe oder der Fernseher, der muss nicht immer auf Stand-by sein. Vielleicht im Büro der Drucker. Und das, was ich brauche, schalte ich ein und den Rest lasse ich ausgeschaltet, ohne Stecker ziehen zu müssen oder hinlaufen zu müssen. Und das ist erstens mal energieeffizient. Und zweitens ist es auch bequem. Und ich liebe diese Steckdosenleiste. Also ich habe ja in der Küche zum Beispiel eine geschaltende, wo einzelne Schalter dran sind. Das macht schon viel Spaß. Aber hier im Wohnzimmer musst du nie mehr hinlaufen, dort, wo du die ganzen Geräte eingesteckt hast. Sondern diese Fernbedienung, die schnappst du dir und schaltest das Gerät ein, welches du haben willst. Und die anderen bleiben aus. Beziehungsweise das aus, das du nicht brauchst. Und die anderen bleiben an. Das ist ja auch perfekt jetzt zum Beispiel für Lichterketten oder so etwas, die gar keinen Schalter haben. Für gerade diese Geräte. Selbstverständlich. Da kannst du jetzt, wenn du zwei, drei Lichterketten hast, die kannst du hier auch machen und entsprechend einschalten. Aber auch alle anderen Geräte, zum Beispiel auch für Aquarien, wäre das natürlich perfekt. Wenn du mal eine Wasserpumpe einschalten willst oder ein Filter, wenn du den nicht per Zeituhr gesteuert hast, dann kannst du hiermit oder auch die Beleuchtung ganz einfach hiermit ein- und ausschalten. So und während wir über diese Steckdosenleiste sprechen, spielt wie wir, das müssen Sie schauen, unentwegt mit Ihrem Chihuahua. Die gibt den gar nicht mehr her. Schauen Sie sich das an. Also ich habe erst immer gedacht, das wäre so ein Spielzeughund für Kinder. Nein, auch Damen wie Vivian freuen sich enorm drüber. Aber jetzt sprechen wir noch kurz über diese Fünffachsteckdose. Die Steckdosenleiste mit der Bestellnummer 4x2410 und der 569. Der Chihuahua ist übrigens im Callcenter schon heiß begehrt. Da gehen ganz viele Anfragen rein. Der Chihuahua, der möchte ganz viele neue Besitzer finden. Also wenn auch Sie den Chihuahua gern zu sich nach Hause holen wollen, dann tun Sie das bitte. Der Chihuahua hat die Bestellnummer NX8204 und die 569. Da können Sie jetzt auch noch mal gern bei den Kollegen im Callcenter durchklingeln. Wir machen hier weiter in der Zwischenzeit mit Platz Nummer 17. Ist was los in diesem Jahresrückblick? Uiuiuiuiuiuiuiui. Die Diana bringt hier den riesen Vibrationstrainer. Vielen, vielen Dank. Ja, Vibrationstraining ist ja auch das Training schlechthin eigentlich, um sich fit zu halten, oder? Ja, mit Sicherheit. Und ich bin froh, dass ich zwei Fitness-Fachfrauen mit mir in der Sendung habe. Aber eins ist ganz, ganz wichtig. Ein bisschen Bewegung ist nie falsch. Aber vielleicht ist für viele, ich sag mal, die Zeit von Fitness-Centern oder auch von Waldläufen rum. Und man möchte zu Hause was machen. Und Vivian, da ist das ja das richtige Gerät, oder? Ja! Liebe Zuschauer, so schnell geht's. Vivian, halt, du hast was vergessen. Dreh dich mal kurz um. Dein Chihuahua wird auch nicht trainiert. Verzeihung. Ja, liebe Zuschauer, so schnell geht's. So trainieren übrigens auch die Stars, auch die, die einen Chihuahua besitzen. Binnen zehn Minuten von zu Hause aus können sie jetzt in dem Outfit ihrer Wahl, so wie wir das gerade auch gemacht haben, einfach Schuhe ausziehen, draufstellen und lostrainieren. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, vor allem jetzt auch als Weihnachtsgeschenk, als Gesundheit zu verschenken. Und das machen sie hier mit dieser Vibrationsplatte. Denn, Ralf, viele, viele Menschen bewegen sich leider Gottes einfach viel zu wenig. Oder sagen auch, Mensch, ich merke es konditionell, ich merke einfach, dass ich vielleicht auch nicht mehr die Aktivität oder Fitness habe. Ich habe schon Probleme beim Schuhe zubinden und Co. Jetzt so ein Geschenk machen, vielleicht auch sich selbst vorab zu Weihnachten, um die Neujahrsvorsätze durchzusetzen, ist wirklich das Beste, was Sie machen können. Gerade bei dem Modell ist das ja auch schön, weil wir hier jetzt wirklich die Variante haben, mit der man auch ganz einfach und simpel Gewicht reduzieren kann. Ja, natürlich, weil man den Kalorienverbrauch sich direkt anschauen kann. Das ist eine Besonderheit hier mit bei dieser 2018 erst auf dem Markt erschienenen Vibrationsplatte. 20 Vibrationseinheiten haben wir hier, also Vibrationsstufen. Wir haben Expander mit dran, Fernbedienung, um das Ganze auch im Stehen zu bedienen. Und man muss jetzt kein Supersportler sein, um das zu nutzen und es auch nicht mehr werden wollen, sondern einfach nur ein bisschen Bewegung haben. Beweglich bleiben, die Gelenke lockern und sich einfach ein klein wenig fitter fühlen. Und das Tag für Tag. Und das funktioniert für wirklich jedes Alter mit diesem Vibrationstrainer. Ob es die jungen, knackigen Damen sind für Bauch, Beine, Po, das höre ich immer wieder, oder wir alten Säcke, nur damit wir ein bisschen beweglich bleiben. Also ich meine, ich bin jetzt 50 und ich merke, dass ich keine 20 mehr bin, aber ich möchte auch noch beweglich sein mit 60, mit 70 und wenn es geht auch noch mit 80. Und da hilft mein Vibrationstrainer mir ungemein dabei. Das ist für jeden genau das Richtige. Einfach 10 Minuten draufstellen, sich durchschütteln lassen, den Körper wieder spüren, die Durchblutung anregen, ein bisschen Fett abbauen. Das ist richtig gutes Training hier für 132,91 Euro. Und das haben schon so viele erkannt. Und deshalb ist er ja hier auf Platz Nummer 17 in unserem großen Jahresrückblick bei den 25 beliebtesten Produkten. Auch Sie können den sich jetzt zum TV-Sonderpreis nach Hause holen. Unseren Platz Nummer 17 mit der Bestellnummer NX 59, 58 und der 569. Das macht einfach Spaß. Fernbedienung und Trainingsexpander sind für Sie im Lieferumfang mit dabei. Auch eine Bedienungsanleitung ist nochmal dabei. Da werden nochmal schöne Übungen erklärt. Aber man muss sich eigentlich nur in der Grundposition draufstellen, sich ein bisschen durchschütteln lassen. Und dann spürt man den Körper viel besser. Man merkt direkt, dass die Gelenke wieder durchgeschüttelt werden. Das ist auch sehr gelenkschonend, dass Training an sich und die Muskulatur wieder anfängt zu arbeiten. Also wirklich ein tolles Training für jeden, für die ganze Familie auch sehr schön, bestens geeignet, diese Vibrationsplatte hier mit der speziellen Scan-Funktion. Unser Platz Nummer 17 war das und wir schauen gemeinsam weiter, was denn der Platz Nummer 16 für uns bringt. Ja, und da horchen wir mal, ob jemand geklingelt hat. Ding Dong. Ja, ein Klingelsystem der Extraklasse und zwar gleich mit zwei Ding Dongs. Die kann ich anbringen, wo immer ich möchte. Einfach in eine Steckdose rein und dort, wo ich bin, klingelt es. Und zwar, das Ganze, ich gebe euch die zweimal, obwohl du kannst auch einen einstecken, wie wir ihn, nimm mal die Steckdose. Aber das Wichtigste ist dieser Taster, den wir hier haben, den ich natürlich im Außenbereich oder auch am Eingang meines Grundstücks anbringe. Der kann festgeschraubt oder einfach geklebt werden und dann ist er installiert. Ich brauche keinerlei Stromversorgung, also auch keine Batterien oder Akkus oder ähnliches, weil das ist ein kinetischer Taster. Und durch die Bewegung beim Klingeln, also beim Draufdrücken, wird das bisschen Strom erzeugt, was benötigt wird, um den Taster zu aktivieren. Und jetzt wird dieses Signal über eine Distanz bis zu 150 Meter an die Empfänger gesendet. Und ob sie jetzt im ersten Stock, im zweiten, im Keller oder im Garten sind, ganz egal. Sie hören oder sehen das Klingeln, weil das ist auch noch eine Besonderheit. Wir können hier akustisch als auch optische Signale einstellen, beides oder auch einzeln. Und sogar die Töne kann ich auswählen und in der Lautstärke vierfach einstellen. Also Töne 58 und ich klingle jetzt mal. Und Sie sehen, hier ist kein Kabel. Oh, das ist jetzt mal ein heißer Sound. Den kann man natürlich einstellen. Da sind viele Melodien drauf, aber auch zum klassischen Ding Dong bis hin zum Big Ben. Sogar Weihnachtslieder sind mit drauf. Und Sie sehen, da klingelt es gerade, aber ich brauche nur auf den Taster draufdrücken. Der ist auch noch nachts leuchtend. Den sehe ich also auch nachts. Das ist auch mal ein schöner Klingel. Aber was hier eben das Wichtige ist, wenn man auch so in einem Einfamilienhaus wohnt, ist oftmals unten die Klingel. Und wenn man dann mal oben oder im Keller ist, dann hört man es nicht. Deshalb nehmen Sie das mit, stecken Sie es ein. Oder eine andere Anwendungsmöglichkeit ist natürlich noch, wenn man pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause versorgt. Dann macht man diesen Klingeltaster einfach dort ans Bett. Dann kann sich der Angehörige jederzeit bemerkbar machen, wenn er Hilfe braucht. Also für mich das wirklich tollste, tollste Klingelsystem. Vor allem, weil es für jeden, ohne einen einzigen Millimeter Kabel zu verlegen, zu installieren ist. Also einfacher geht es gar nicht. Die Funktürklingel absolut ohne Batterien, ohne Kabel. Und die zwei Steckdosenempfänger. Zwei Steckdosenempfänger im Set für 25,56 Euro. Das ist natürlich auch ein knaller Preis. Also da hätte ich auch sofort zugegriffen, wie du sagst, allein wenn man das zum Beispiel dann für eine Einliegerwohnung nutzt oder unten für nochmal eine Kellertür oder vielleicht auch hinten an der Gartentür als Klingel. Das ist ideal für 25,56 Euro. Oder wie Ralf gesagt hat, als Notfallklingel am Bett. PX 33 95 569. Und nochmal die Bestellnummer für Sie braucht man auf jeden Fall. Ein toller Platz Nummer 16 war das. Und wir schauen auf Platz Nummer 15. Ja und auch die Sicherheit war Ihnen im Jahr 2018 ganz, ganz wichtig. Das merken wir an unserem Platz Nummer 15. Und deshalb hat es hier unser großes Überwachungssystem, unser Profi-Überwachungssystem in den großen Jahresrückblick auf Platz Nummer 15 geschafft. Vier dieser Kameras und ein Festplattenrekorder, das gehört zum Umfang. Und das ist unglaublich einfach zu installieren, weil das per Funk funktioniert. Und wir haben wochenlang und monatlang immer wieder gepredigt, dass die Einbruchsgefahr immer weiter steigt, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Und deshalb habe ich mich entschlossen, in meinem neuen Heim ebenfalls diese Kameraanlage zu installieren. Und das sind die Aufnahmen davon. Man sieht, wie einfach das ist. Hier wird die Kamera installiert. Vier Stück Kamer, die sind per Funk verbunden. Über 250 Meter haben wir da Reichweite. Und jetzt auch bei Nacht. Beste Überwachung. Bewegungsmeldung. Und das schließt du jetzt einfach an deinen Fernseher an. Im Wohnzimmer. An einen HDMI-Steckplatz, der noch frei ist. Und du scannst gleich auch noch die App. Dann bekommst du nämlich auch die ganzen Bilder auf die App auf dem Handy. Und zwar von überall auf der Welt. Gestochen scharfe HD-Qualität. Bei Tag als auch bei Nacht. Siehst du, das ist der Aufgang zu meinem Hauseingang. Das stimmt ja. Kathi war mal eine Weile Gast bei mir. Aber das ist jetzt so einfach. Und wenn man da mal eine Weile weg ist, wird man auch per Bewegungssensor, über E-Mail, wird man hingewiesen. Wenn was zu Hause passiert, kann man schauen, was ist es. Gleichzeitig kann ich es so einrichten, dass dieser Receiver auch aufzeichnet. Da muss ich nur noch eine interne Festplatte bis 4 Terabyte Großdorf-Design hier mit einlegen. Und dann ist auch das kein Problem. Und alle vier Kameras werden dann gleichzeitig aufgenommen. Sodass wirklich vor, hinter, links und rechts vom Haus oder Kellerabgang nirgendwo ein toter Winkel bleibt. Und ich wirklich immer alles im Griff habe und mich dann auch wirklich sicher fühlen kann. Für 189,91 Euro ein Profi-Überwachungssystem mit den vier Kameras. Das ist eine Riesensensation. Also bitte, schützen Sie sich. Schützen Sie Ihr Heim. Das ist so wichtig, dass da nichts passiert. Hier für diesen Sensationspreis ein Profi-Überwachungssystem, das einfach zu installieren ist. Die Bestellnummer für Sie, die NX 43,69 und die 569. Jetzt in den nächsten zwei Stunden wieder zum TV-Sonderpreis für Sie zu haben. Und Sie sehen, wie toll das ist, wenn man auf seinem Fernseher oder einem Monitor dann einfach diese Bilder hat. Und dann auch mal weiß, ach, ist alles in Ordnung. Oder wenn wirklich mal was ist, dass man das sofort erkennen kann. Und dann sensationell hier unser Platz Nummer 15. Und es geht spannend weiter. Wer es wohl noch hier in unsere Top 25 geschafft hat? Wir schauen auf Platz Nummer 14. Ja, die bezaubernde Janett ist hier für uns da. Und die bringt unseren Platz Nummer 14 im großen Jahresrückblick 2018 mit ihren beliebtesten Produkten aus diesem Jahr. Das war ja wirklich ein spannendes Jahr, muss man ja mal sagen. Wir haben ja echt viel zusammen erlebt. Sie waren hoffentlich auch immer mit dabei, haben immer wieder zwischendurch eingeschaltet. Wir hatten ja auch immer tolle Sendungen. Und das ist ein Produkt, das ist wirklich der Knaller. Ja, und jetzt gerade vor Weihnachten unglaublich gefragt. Das ist eine Handyuhr, Smartwatch, Kamera, alles auf einmal und unglaublich einfach zu bedienen. Also einmal ist es natürlich ein autarkes Telefon. Ich kann eine SIM-Karte einlegen, dann mit meinem Handgelenk telefonieren. Es ist eine schicke Uhr. Oben sehen wir eine kleine Linse. Das heißt, die Kamera ist auch schon mit eingebaut. Gleichzeitig ist ein Wecker drin. Dann haben wir einen Schrittezähler drin. Und viele, viele andere Optionen. Aber jetzt kommen wir noch zum Clou. Ich kann auch eine Smartwatch draus machen, indem ich einfach mein Smartphone Android betrieben, muss es allerdings sein, mit dieser Uhr verbinde. Und dann bekomme ich alle Push-Nachrichten und Anrufe. Nicht mehr auf mein Smartphone, sondern direkt aufs Handgelenk. Ist dann also auch eine Smartwatch und eine Freisprecheinrichtung. Und ich möchte Ihnen nochmal zeigen, wie einfach das geht. Indem ich sie einfach mal starte. Dann sehen Sie mal, wie mit welcher Geschwindigkeit die arbeitet. Die ist jetzt ausgeschaltet. Und wenn ich hier, ja viele sagen, den Home-Button drücke, dann fährt sie hoch. Und zwar innerhalb von wenigen Sekunden. Sie hören es an diesem leichten Geräusch, dass es aufbaut. Und jetzt ist er an. Jetzt habe ich erstmal eine Uhr auf den ersten Blick. Wenn ich hier drauf drücke, sehen Sie jetzt die Uhrzeit. Aber sobald ich drüber wische, dann habe ich die ganzen Apps, die ich brauche. Das Telefon, den Schrittezähler und so weiter. Sie sehen, das ist unglaublich einfach. Und über den Home-Button hier unten komme ich jederzeit wieder zurück. Oder auch in Stand-by-Betrieb und habe jetzt wieder eine richtig schöne Uhr. Also das ist für mich wirklich Technik pur für ganz, ganz kleines Geld. Ich glaube auch als Weihnachtsgeschenk so eine Smartwatch, Handy-Uhr, Kamera am Handgelenk, Freisprecheinrichtung, Schrittezähler und, und, und. Tut sich das gut für den kleinen Preis? Also da wird es richtig glänzende Augen geben. 28,41 Euro. Ja, Sie sehen richtig. 28,41 Euro für eine Handy-Uhr-Smartwatch. Das ist Ihr TV-Sonderpreis, der jetzt wieder für Sie gültig ist. Und da kann man nochmal schnell als Weihnachtsgeschenk vielleicht zugreisen. Da bitte auch gleich mehrere bestellen. Kein Problem. Und der Shiva war immer noch stark nachgefragt bei uns im Callcenter, wenn Sie den haben möchten. Und auch unser Platz 25 hören wir gerade, das UFO, das Tolle. Stark nachgefragt mit der NX 69,22 und der 569. Deshalb auch da bitte schnell in die Leitung gehen, wenn Sie das noch haben möchten zum TV-Sonderpreis. Und jetzt sind wir gespannt auf Platz Nummer 13. Da klingelt unsere Diana, das Rad, unser Club-Pedelec. Ja, im Frühling ein absoluter Reißer. Und auch der Frühling kommt ja auch bald wieder, weil das ist ein Fahrrad der Extraklasse. Ein Club-Pedelec. Also erstmal zusammenfaltbar, sodass ich es auch überall hin mitnehmen kann, sogar im Kofferraum. Aber Pedelec, das ist das Wichtige. Sie sehen, passt auch in den Kleinwagen. Und jetzt kann ich meinen Startpunkt meiner Radtour auswählen. Da darf ruhig auch ein kleiner Hügel dabei sein, weil dieses Fahrrad wird mit einem Elektromotor unterstützt. Und der führt leistungsstark dazu, dass Sie ohne große körperliche Anstrengungen hier eben auch längere Radtouren machen können. Mit einem leistungsstarken 24 Volt Akku mit 4,4 Amperestunden. Und das reicht aus, um Sie permanent elektrisch zu unterstützen über eine Strecke von 28 Kilometer. Und das mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometer. Und so macht es Radfahren wieder richtig Spaß, weil man muss sich nicht verausgaben, sondern das, was man macht, die Bewegung des Radfahrens, die wird elektrisch mit einem bürstenlosen Motor unterstützt. Das heißt, er ist auch so gut wie verschleißfrei. Und da wird man ganz, ganz lange Freude daran haben. Und der Preis ist einfach immer noch sensationell. Andere Fahrräder in dieser Kategorie sind schon fast im vierstelligen Bereich. Und wir liegen bei 569,91 Euro. Denken Sie daran, das nächste Frühjahr kommt bestimmt. Und vielleicht möchten Sie da auch mal wieder Radfahren. Und zwar bergauf, ohne zu schnaufen. Und auch du hast es ja mal ausprobiert, bist sogar eine Burg hochgefahren. Und wir wissen, Burgen liegen ja nicht im Tal. Die liegen immer ganz oben auf dem Berg. Aber das ging ganz einfach, oder? Hervorragend. Vor allem, Sie haben ja hier das Komplettpaket. Da ist alles mit dabei. Fahrrad und Akku. Und es ist auch noch klappbar. Das ist wirklich Wahnsinn, oder? Ja, gerade auch für mich, liebe Zuschauer. Ich finde es hervorragend, wenn Sie zum Beispiel öfter mal sagen, Mensch, ich klappe ganz gerne das Fahrrad mal ein und fahre dann einfach mal in die Berge. Ich fahre zum nächstgelegenen See. Ist das genau das Richtige? Sie brauchen jetzt keine Fahrradhalterung mehr oder Ähnliches. Sie können ohne Werkzeug hier binnen weniger Sekunden, und das haben wir wirklich zahlreich ausprobiert dieses Jahr, das Fahrrad klappen, liebe Zuschauer, das Pedelec klappen. Und das geht wirklich hier super, super schnell. Finde ich ganz hervorragend. Ist ein fantastisches Produkt, das man natürlich auch gerne zu zweit bestellen darf. Oder vielleicht auch ein zweites bestellen darf. Hier sehen wir die Kati mal, wo sie die Burg hochgefahren ist. Und das ohne Probleme mit dem Pedelec. Das ist doch jetzt ein ganz, ganz schönes Geschenk, was man sich jetzt gemeinsam mit dem Partner vielleicht auch mal zu Weihnachten macht. Natürlich, da kann man sich auch gleich zwei bestellen, wenn man möchte, und kann dann gemeinsam rucki zucki einfach mal hier die beiden in sein Auto packen. Weil auch bei einem Kombi passen gleich zwei in den Kofferraum rein. Das ist dann gar kein Thema. Und dann kann man hier wirklich zu zweit auch schön mit dem Fahrrad losfahren. Also das geht ohne Probleme. Greifen Sie dazu jetzt für 569,91 Euro, solange die noch verfügbar sind. Das ist der Preis inklusive Akku. Das ist ganz wichtig, weil viele denken immer, oh, Akku kommt noch mal extra. Nein, das ist der Komplettpreis mit der NX 9510 und der 569. Unser fantastischer Platz Nummer 13. Und das waren Sie erst mal, liebe Zuschauer. Unsere Plätze im Jahresrückblick 2018, die Plätze 25 bis 13, die wir Ihnen hier gezeigt haben. Und es war ja wirklich ein ereignisreiches Jahr 2018, das hier hinter uns lag. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wir haben natürlich auch mit Ihnen unseren großen Umzug erlebt hier ins neue Sendezentrum in Niedersachsen nach Dassel. Es gab da auch tolle Zeitungsberichte drüber. Und wir haben Ihnen da mal ein paar Bilder vorbereitet, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten, um Ihnen zu zeigen, was da genau hier auch passiert ist und wo wir uns jetzt hier befinden. Das waren ja sehr emotionale Momente, als wir hierher gekommen sind, beziehungsweise auch in unseren alten Studios, als wir da alles abgebrochen haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zeit in unseren alten Fernsehstudios. Und da wurde alles abgebaut. Ja, richtig. Und dann über 500 Kilometer weit transportiert und hier in wesentlich größeren Studios wieder aufgebaut. Wir haben alle mitgeholfen, die ganzen Kisten mit einzupacken. Ja, viel Manpower dahinter. Und guck mal, das sieht ja aus wie ein Tennisplatz. Nein, das sind unsere neuen Studios. Hier sehen wir, da wird noch delegiert, da werden Pläne gezeichnet. Mittlerweile haben Sie ja schon alle unsere neuen Sendestudios bestaunen können. Wir fühlen uns hier unglaublich wohl. Wir haben Platz über 3000 Quadratmeter. Und übrigens, Sie können uns in unseren neuen Studios auch mal besuchen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion.pearl.tv und dann dürfen Sie, und das ist kostenlos bei uns, mal einen Tag verbringen. Also einfach mal so ein bisschen Einblick in unser Studio bekommen. Und es ist der Wahnsinn. Gerade auch, liebe Zuschauer, wenn man sieht, was sich hier getan hat. Vielleicht waren Sie dabei bei den letzten Sendungen noch aus dem Sendezentrum in Bugingen. Da hatten wir tolle Sale-outs. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass unsere Stammzuschauer uns natürlich auch die 500 Kilometer des Umzuges her immer begleitet haben. Hier sehen Sie mal Aufnahmen. Es ist natürlich fantastisch, was sich hier in der Zeit geändert hat. Noch mehr Studios, noch mehr Fläche, liebe Zuschauer. Noch mehr Moderatoren, die zu uns ins Team gekommen sind. Wie zum Beispiel auch die bezaubernde Sandra, die jetzt zum Team gehört. Und das, finde ich, ist was ganz hervorragendes, auch zu sehen, wie das gesamte Team hier zusammengehalten hat. Wir sind umgezogen, wir haben alle zusammen angepackt. Und das ist doch was ganz hervorragendes, dass Sie jetzt bei uns sind, dass Sie das Jahr auch über bei uns waren. Und hier sehen wir schon Fotos. Da war es ja schon fertiger, beziehungsweise da ist es schon ja gut fertig. Ganz, ganz tolle Sendung, die wir bisher hatten. Und Kathi, du bist ja jetzt auch wieder näher bei deiner Familie. Das ist schon berührend, wenn man so was sieht, oder? Es ist ganz, ganz toll. Und es wird noch viel, viel toller werden, liebe Zuschauer. Deshalb vielen, vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg begleitet haben. Dass Sie auch natürlich den ein oder anderen Fauxpas vielleicht beim Umzug mit in Kauf genommen haben. Ich muss übrigens Gassi gehen, ja? Ja, du gehst Gassi mit dem Chihuahua. Vivien ist mal mit dem Chihuahua, Gassi. Und wir sind gleich wieder für Sie da mit den weiteren Plätzen hier im großen Jahresrückblick. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit zu bestellen der Jahresrückblick 2018.